Hallo zusammen und allen Pancake. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der riesige Maschinen sich bewegen, als würden sie zu einer unsichtbaren Melodie des Fortschritts tanzen. Gigantische Pressen pressen Metall mit einer Kraft von tausenden Tonnen und robotergesteuerte Manipulatoren führen Operationen schneller aus, als wir blinzeln können. Das ist keine Szene aus einem Science-Fiction-Film, sondern unsere gemeinsame Zukunft. Und dieses Zukunft ist genau heute eingetreten. In dieser Folge begeben wir uns auf eine Reise zu den erstaunlichsten Produktionsstätten der Welt, wo die Technologie ein unglaubliches Niveau erreicht hat. Sie werden Mechanismen sehen, die aussehen, als kämen sie aus Horrorfilmen oder verrückten Videospielen. Dabei erschaffen sie Dinge, ohne die kein Aspekt unseres Lebens möglich wäre. Sie werden die größten und faszinierendsten Prozesse sehen, von der hypnotisierenden Präzision moderner Maschinen bis hin zur beängstigenden Automatisierung von Fabriken, in denen überhaupt keine Menschen mehr arbeiten. Das wird ihnen garantiert den Atem rauben. Sind sie bereit, in diese fesselnde Realität einzutauchen? Machen sie es sich bequem. Unsere Führung durch die Fabriken der Zukunft beginnt. Die Geflügelfarm der Zukunft Ein leckeres und nahrhaftes Frühstück ist ein Spiegelei aus mindestens. Zwei oder drei Eiern. Es ist praktisch, wenn sie auf dem Land oder in einem eigenen Haus wohnen und einen eigenen Hühnerstall haben. Dann können sie einfach aus dem Haus gehen und ihren Vorrat auffüllen. Aber die meisten von uns sind Stadtbewohner. Und in diesem Fall kommen uns riesige Geflügelfarmen zu Hilfe, auf denen täglich Millionen von Eiern produziert werden. In einer modernen automatisierten Geflügelfarm sind alle wichtigen Prozesse so weit wie möglich optimiert und werden mit Hilfe moderner Technologien überwacht. Die Hühnerställe sind so gestaltet, dass sie für die Hühner maximalen Komfort bieten. Spezielle Programme überwachen das Mikroklima und die Fütterung, während ein anderes System für die Sauberkeit in den Käfigen sorgt. Der Boden in den Käfigen ist mit einer bestimmten Neigung gebaut, damit die Eier sanft auf ein weiches Förderband rollen. Auf diesem Band werden sie in die Sortierhalle transportiert, wo ein ganzes System aus intelligenten Kameras und Manipulatoren die Eier nach Gewicht, Sauberkeit und Unversehrtheit sortiert. Anschließend durchlaufen sie den Wasch- und Trocknungsprozess. Den Abschluss übernimmt ein Roboter-Manipulator. Am Ende seines metallenen Arms befinden sich Vakuumsauger, die die vorbereiteten Eier besonders schonend aufnehmen und in die Schalen legen. Einige Geflügelfarmen sind zusätzlich mit Linien zur Herstellung von gekochten Eiern oder mit Anlagen zur separaten Verarbeitung von Eigelb und Eiweiß ausgestattet. Süße kleine Wolken. Es gibt nichts Schöneres, als an einem kalten Abend eine Tasse heiße Kakao zu trinken und wenn man dann noch eine Haube aus Schlagsahne und fünf, sechs oder am besten noch mehr luftige Marshmallows hinzufügt. Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, wie diese Marshmallows eigentlich hergestellt werden und wie werden eigentlich die großen, verdrehten und bunten Marshmallows gemacht? Der Weg der süßen und zarten Leckerei beginnt mit der Vorbereitung der Gelatine. Die benötigte Menge wird im Voraus in einem riesigen Bottich mit kaltem Wasser eingeweicht. Während sie quillt, wird der Sirup zubereitet. Zucker und Maissirup werden mit Wasser vermischt und auf 383 Grad Kelvin erhitzt. Anschließend wird der fertige Sirup leicht auf 367 Grad Kelvin abgekühlt und durch Rohre in einen gemeinsamen Behälter zum Aufschlagen geleitet. Dort wartet bereits die aufgequollene Gelatine. Bei einer Temperatur von mindestens 353 Kelvin schlagen riesige Rührbesen. Die Masse 10, manchmal sogar 20 Minuten lang auf. Je länger der Vorgang dauert, desto fluffiger und luftiger wird das Marshmallow. Wenn das Aufschlagen beendet ist, wird die entstandene Masse auf ein mit Stärke bestreutes Förderband gegossen. Dafür, wie die Süßigkeiten am Ende aussehen, sorgen kleine Schalen mit vorgeformten Vertiefungen oder einfach ein Kissen aus Stärke für sehr, sehr lange Marshmallows, die wiederum zu bunten und sehr leckeren Zöpfen geflochten werden können. Nach dem Schneiden und Wiegen werden die Marshmallows verpackt. Und jetzt können wir endlich einen warmen und gemütlichen Abend genießen unter einer Decke. Sehr würzig, sehr lecker. Unter ihren Verwandten und Freunden wird es nicht schwer sein, Liebhaber von knackigem, eingelegtem Gemüse zu finden. Wir kennen die üblichen eingelegten Gurken und Tomaten, aber das saure, knackige und scharfe Kimchi erobert mit Sicherheit die besondere Liebe auf der ganzen Welt. Das Aushängeschild Südkoreas und ein fester Platz auf der Liste des immateriellen UNESCO-Kulturerbes. Jährlich werden unglaubliche 4,5 Milliarden Tonnen dieser scharfen Beilage produziert. Nach der Ernte werden die Gemüse zum ersten Schritt gebracht, einer gründlichen Wäsche. Dabei werden verdorbene und beschädigte Blätter entfernt. Anschließend wird der Kohl, je nach Größe der Fabrik, entweder von Hand oder über Förderbänder mit Kreissägen halbiert und am Wurzelansatz eingeschnitten. Das vorbereitete Produkt wird in Bottiche mit sehr stark gesalzenem Wasser gelegt und für die erste Marinierung mindestens einen Tag lang stehen gelassen. Das Geheimnis des Kimchi-Geschmacks liegt in der Marinade mit verschiedenen Zusätzen. Er ist sehr komplex und jede koreanische Hausfrau hat ihre eigene besondere Zutat, um dem Ganzen das gewisse Etwas zu verleihen. In der Massenproduktion hält man sich jedoch an die Grundzusammensetzung. Zuerst wird die Basis der Marinade hergestellt. Als erstes kommen Knoblauch, Zwiebeln und frischer Ingwer in den Fleischwolf. Für die Schärfe und die Farbe sorgt scharfer Chili, der zuvor von den Kernen befreit wurde. Direkt in den benachbarten Produktionsbereichen werden ein besonderer Kissel und eine Fischbrühe zubereitet. Reismehl oder sehr klebriger Reis werden mit kaltem Wasser vermischt und zum Kochen gebracht. Wenn alles fertig ist, werden alle Bestandteile der Marinade zu einer dicken, leuchtend roten Paste vereint. Zum Schluss werden fein geschnittene Karotten und gehackte Frühlingszwiebeln hinzugefügt. Und hier ist das letzte Band der Produktionslinie, wo die Arbeiterinnen jedes Blatt des gesalzenen Kohls sorgfältig von Hand mit der Marinade bestreichen. Im Prinzip ist die Vorspeise in diesem Stadium bereits fertig. Doch nach Meinung der Koreaner erreicht der Kohl seinen besonderen Geschmackshöhepunkt erst nach einer langen Reifezeit von mindestens einem Monat. Mh, Donuts. Homer Simpson Wussten Sie, dass Donuts nicht einfach nur eine süße Leckerei sind, sondern ein echtes kulturelles Phänomen? Sie wurden zu Stars in Zeichentrickfilmen, zu Memes über Polizisten und sind natürlich das Lieblingsdessert von Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Das Geheimnis ihrer Beliebtheit liegt in der Vielfalt der Sorten. Sie können klassisch mit Puderzucker sein oder extravagant, mit einer Füllung aus Schokolade oder Creme. Es gibt viele verschiedene Arten von Donuts. In Deutschland sind es Berliner mit Vanillecreme, in New York Cronuts aus Blätterteig und in Norwegen Smuldringer, deren Geschmacksgeheimnis darin liegt, dass sie nicht in gewöhnlichem Öl, sondern in geschmolzenem Schmalz frittiert werden. Aber wie entstehen diese kulinarischen Meisterwerke? Der Prozess beginnt mit der Zubereitung eines speziellen Teigs, dessen Konsistenz an weiche Knetmasse erinnert. In großen Produktionsbetrieben werden zwei Hauptmethoden verwendet. Die erste ist die Extrusion, bei der der Teig portionsweise abgegeben wird. Außerdem wird die Methode angewendet, bei der der Teig zu einer einzigen Platte ausgerollt wird, aus der dann auf dem Fließband mit Messern die Donut-Rohlinge ausgestanzt werden. Der wichtigste Schritt ist das Frittieren. Hier ist eine Temperatur zwischen 438 und 458 Kelvin entscheidend. Das sorgt für eine goldbraune Kruste, ohne dass die Donuts anbrennen. Nach dem Frittieren werden die Donuts vorsichtig von überschüssigem Öl befreit. Und dann kommt der lang ersehnte Moment, das Hinzufügen der Füllung und das Glasieren. Genau hier entfaltet sich die ganze Kreativität der Konditoren. Es gibt Dutzende von Füllungsvariationen wie Cremes, Marmelade, alle Arten von Schokolade. Und die glänzende Glasur mit bunten Streuseln überwindet mühelos jede Diätbarriere. Interessante Tatsache. In verschiedenen Ländern gibt es eigene Traditionen, wie Donuts serviert werden. In Deutschland werden sie oft mit Erdbeer- oder Pflaumenkonfitüre gefüllt, während in den USA Varianten mit Cremefüllung und Glasur bevorzugt werden. Gesundes kann auch lecker sein. Wer zu viel Süßes oder Salziges isst, kann ernsthafte Gesundheitsprobleme bekommen. Es ist wichtig, sich richtig zu ernähren und schädliche Snacks zu vermeiden. Ein Vollkornriegel ist zum Beispiel eine gesunde Option. Die Hauptzutaten für Riegel aus Vollkorngetreide sind Haferflocken, Reis- oder Maisflocken. Für den Geschmack und die notwendigen Spurenelemente sorgen Nüsse, Samen und Trockenfrüchte. Die Vollkorngetreide werden zunächst verarbeitet, gewaschen, gedämpft oder gekocht. In manchen Rezepten ist auch das Rösten erlaubt. Anschließend werden alle Zutaten in großen Mixern gründlich vermischt. Es ist wichtig, eine gleichmäßige Verteilung aller Komponenten zu erreichen. Damit die Riegel ihre Form behalten, wird ein Bindemittel hinzugefügt. Das kann Honig, aber auch Ahornsirup oder Agavensirup sein. Die entstandene Masse wird in Formen oder auf ein Förderband gepresst, gleichmäßig verteilt und geformt. Nach dem Formen werden die Riegel gekühlt, damit das Bindemittel aushärtet und die Riegel stabiler werden. Nach dem Schneiden werden die fertigen Riegel einzeln verpackt und zur Sicherheit durch einen Metalldetektor geführt. Natürlich gibt es auch gesunde Riegel nach speziellen Rezepten, für diejenigen, die auf einzelne Zutaten oder gleich mehrere allergisch reagieren. Ewiges Vinyl. Jetzt, nachdem wir uns gestärkt haben, laden wir sie ein, es sich im Sessel bequem zu machen, sich mit einer Decke zuzudecken und in den Zauber der Musik von einer Vinyl-Schallplatte einzutauchen. Die Herstellung von Vinyl-Schallplatten ist ein komplexer und aufwendiger Prozess, der Präzision und Aufmerksamkeit für Details erfordert. Die Vorbereitung beginnt mit dem Mastering. Die Kompositionen werden speziell für Vinyl angepasst. Hier ist es wichtig, den Dynamikumfang und die Lautstärke zu berücksichtigen, um Verzerrungen und das Herausspringen der Nadel zu vermeiden. Anschließend wird mit spezieller Ausrüstung eine Masterplatte erstellt. Dies kann entweder eine Lackfolie oder eine Kupferplatte nach der DMM-Technologie sein. Der Ingenieur legt die Pausen zwischen den Lidern von Hand fest. Um das Original nicht zu beschädigen, trägt er antistatische Kleidung. Der Master wird mit Silber überzogen und in eine Nickel-Lösung getaucht. Nach der Galvanisierung entsteht ein metallisches Negativ, ein Stempel für den Druck. Ein solcher Stempel kann zwischen 500 und 1000 Schallplatten herstellen. Wenn dieser wichtige Teil der Produktion abgeschlossen ist, beginnt die Phase der eigentlichen Schallplattenherstellung und der Übertragung der Komposition von der Matrize. Die Polyvinylchloridgranulate schmelzen bei einer Temperatur von 473 Grad Kelvin. Unter einem Druck von 220.000 Pfund werden die Schallplatten bereits mit Tonspuren geformt. Der gesamte Prozess dauert etwa 30 Sekunden pro Exemplar. Dieser ganze komplexe und mühsame Prozess wird ständig weiter perfektioniert. Und all das nur, damit wir an romantischen Abenden besondere Musik genießen können. Villa, Supersportwagen, Raumschiff. Ein Set, eine Million Möglichkeiten. Was erfreut Kinder auf der ganzen Welt am meisten und fördert gleichzeitig hervorragend die Feinmotorik und Fantasie? Die Antwort finden wir in der Lego-Fabrik. Genau hier entstehen jeden Tag Millionen von Bauteilen, damit jedes Kind und sogar Erwachsene ihren Traum verwirklichen können. Bunte Kunststoffgranulate schmelzen bei einer Temperatur von 500 Kelvin. Anschließend wird die Mischung durch Extruder direkt in die Gussform geleitet. Danach wird der Rohling schnell abgekühlt und in einzelne Bausteine getrennt. Für die Herstellung eines einzelnen Teils werden nur 25 Sekunden benötigt. Hilfsroboter sortieren die fertigen Teile und stellen sowohl spezielle Themensets als auch einfache Sets ohne Regeln und Einschränkungen zusammen. Die Greifarmes sind so präzise, dass sie einen Unterschied von nur 2 Tausendstel, Zoll zwischen den Teilen erkennen können. Interessante Fakten. Das allererste Lego-Set hieß Automatic Binding Bricks und wurde im Jahr 1949 herausgebracht. Er wurde zum Vorläufer der Entwicklung eines vollständigen Systems, dessen offizieller Start erst im Jahr 1955 angekündigt wurde. Als das teuerste Lego-Set gilt der Bausatz mit dem Namen Klumsi Hans, der nach den Märchen von Hans Christian Andersen, Mert, gestaltet wurde. Im Jahr 2015 wurde eine limitierte Auflage von nur 80 Exemplaren herausgebracht. Sein Preis liegt zwischen 7.000 und 10.000 Dollar. Als wirklich unbezahlbar gilt jedoch das Set Millennium Falke, das nach den Filmen von George Lucas Star Wars gestaltet wurde. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostete dieses Set 6.000 Dollar. Ein echtes Männerhobby. Manchmal möchten wir einfach ein paar Dutzend Meilen an einen See fahren, um die Ruhe der Natur zu genießen und köstlichen Fisch zu Mittag zu essen. Aber wenn ein besonders großer und starker Fisch anbeißt, scheint die Welt um einen herum langsamer zu werden und man betet, dass die Angelrute standhält. Die Chancen kann man mit einer Spinnrute aus Kohlefaser erhöhen. Aus einem vorgefertigten Gewebe, das aus Kohlenstofffasern besteht, werden für jedes Segment Streifen unterschiedlicher Länge ausgeschnitten. Der Handwerker wickelt die Streifen mit Hilfe eines festen Kerns Schicht für Schicht auf und bestreicht jede Lage mit einem speziellen Harz. Wenn der Rohling ausgehärtet ist, ist es Zeit, die gewünschte Geometrie der Angelrute zu formen. Während der Endbearbeitung wird die Angelrute geschliffen und mit dekorativen Elementen versehen. Abschließend wird eine Schutzschicht aufgetragen und die notwendige Ausstattung montiert. Und damit die Angelrute sie im entscheidenden Moment nicht im Stich lässt, wird sie unbedingt auf ihre Festigkeit getestet. Als die robusteste Kohlefaser-Angelrute gilt die Shimano WSR AXA SPG. Sie eignet sich hervorragend zum Angeln auf mittelgroße und kleine Fische, wobei ihre Konstruktion eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen gewährleistet. Interessant ist, dass der offizielle Rekord im Angeln mit einer Kohlefaser-Angelrute dem Amerikaner Art Weston gehört. Er fing einen Mississippi-Alligator-Hecht mit einem Gewicht von 282 Pfund und brach damit den vorherigen Rekord, der 72 Jahre Bestand hatte. Damals wog der gefangene Fisch 287 Pfund. Ton, Ton, Badminton Erholung in der Natur kann nicht nur Angeln bedeuten, sondern auch lustige sportliche Wettkämpfe. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie es mit den Leckereien vom Lagerfeuer übertrieben haben, warten Sie einfach eine Weile und spielen Sie mit Ihren Freunden eine Runde Badminton. Das Wichtigste ist, den Federball nicht zu verlieren. In modernen Produktionsstätten werden die Materialien für die Herstellung der Federbälle sehr sorgfältig ausgewählt. Naturfedern für professionelle Modelle oder Nylon für den breiten Gebrauch. Wenn die Auswahl abgeschlossen ist, werden sie in einen zuvor geformten Kopf aus Verbundmaterial eingesetzt. In der Regel handelt es sich dabei um eine Mischung aus Kork und Synthetik. Es gibt verschiedene Arten von Federbällen. Neben Trainings- und Turnierbällen gibt es spezielle Modelle für den Innenbereich und für das Spielen im Freien. Da ein schlecht zusammengesetzter Federball das Spiel verderben kann, wird seiner Entwicklung große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Modellierung jedes einzelnen Teils erfolgt in einem 3D-Programm. Es folgen Tests im Windkanal und eine obligatorische Gewichtsbalance zwischen Kopf und Schürze. Moderne Badminton-Bälle werden meist aus recycelbarem Kunststoff oder biologisch abbaubaren Materialien hergestellt. Experimentelle Modelle und solche, die für den Profisport bestimmt sind, werden mit Mikrochips ausgestattet, um Geschwindigkeit und Rotation zu analysieren. Interessante Tatsache. Ein professioneller Federball kann während seiner Lebensdauer bis zu 437,5 Yards zurücklegen, bevor er ausgetauscht wird. Eine Zukunft ohne Menschen, aber für Menschen. Von köstlichen Leckereien und angenehmer Erholung bewegen wir uns nahtlos in die Welt der Roboter und des Gigantismus. Einen Ort, an dem künstliche Intelligenz und Geschwindigkeit aufeinandertreffen. Willkommen in der intelligenten Autofabrik von Nissan in der japanischen Präfektur Tochigi. Die vollständig robotisierte Produktion ohne menschliche Anwesenheit wird von künstlicher Intelligenz o. gesteuert. Die Möglichkeiten der Fabrik erlauben die Herstellung von drei Fahrzeugtypen. Elektroautos, Hybridfahrzeuge und klassische Modelle mit Verbrennungsmotoren. Die Produktion ist so organisiert, dass die Anwesenheit von Menschen auf ein Minimum reduziert ist. Die künstliche Intelligenz analysiert eigenständig die eingehenden Daten und erstellt das Produktionsprogramm. Roboterarme übernehmen nahezu alle Montageschritte, das Stanzen und Schweißen der Teile. Das Auftragen von Schutzbeschichtungen auf die Karosserie, Lackierarbeiten und natürlich die Endmontage aller im Fahrzeug verbauten Komponenten. Die Ziele bei der Errichtung einer derart hochmodernen Fabrik waren die Überwindung des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften und die Senkung der Produktionskosten. Bislang konnte bereits der Energieverbrauch der Produktion um 25% gesenkt und die Effizienz der Produktionsprozesse gesteigert werden. Als größter Erfolg wird die Verbesserung der Qualität der hergestellten Produkte hervorgehoben. In Zukunft plant Nissan, die Erfahrungen mit vollständig robotisierten Montagelinien auf alle seine Werke weltweit zu übertragen. Mein Zuhause ist meine Burg. Sie wissen sicherlich, dass der Hausbau ein langwieriger, mühsamer und sehr komplizierter Prozess ist. Aber, Freunde, wir leben glücklicherweise genau in jener Epoche, in der es die Technologie des 3D-Drucks gibt. Gerade sie hat der Bauindustrie einen kräftigen Impuls gegeben und zur Entwicklung riesiger Drucker für den Hausbau geführt. Eine innovative Baumethode, die es ermöglicht, komplexe Konstruktionen mithilfe robotergesteuerter Systeme zu erschaffen. So funktioniert das. Natürlich beginnt alles mit einem dreidimensionalen Modell des zukünftigen Gebäudes, der Skalierung und der Aufteilung in Schichten. Es ist wichtig, nicht zu vergessen, Stützstrukturen zur Unterstützung der Elemente hinzuzufügen. Wenn dieser entscheidende Schritt abgeschlossen ist, kommt der spezielle 3D-Drucker mit einem Extruder für die Arbeit mit Beton zum Einsatz. Eine sorgfältige Einstellung der Druckparameter ist notwendig, um die gewünschte Präzision zu erreichen. Und dann kann man mit dem Wesentlichen beginnen. Dem Druckprozess unseres zukünftigen gemütlichen Nestes. Der Prozess selbst ist ziemlich meditativ. Schichtweises Auftragen von Betonmaterial auf eine Plattform mit einer Geschwindigkeit, die es den Schichten ermöglicht, sich nicht auszubreiten und gleichzeitig miteinander zu verbinden. Der Roboterarm mit dem Extruder am Ende bewegt sich entlang der vorgegebenen Bahn und die Wände wachsen buchstäblich direkt vor ihren Augen empor. Die Vorteile dieser Technologie sind äußerst bedeutend. Verkürzung der Bauzeit und Reduzierung der Arbeitskosten sowie vielfältige Möglichkeiten von einfachen bis hin zu sehr komplexen architektonischen Formen zu schaffen. Einige Experten heben zudem die verbesserte Energieeffizienz solcher Gebäude hervor. Natürlich gibt es bei dieser Art der Produktion auch einige besondere Aspekte. Bislang ist der Druck nur für niedriggeschossige Gebäude möglich. Und für einen erfolgreichen Druck sind spezielle Erfahrungen im Betondruck sowie Kenntnisse über die Besonderheiten der Arbeit mit Mischungen für solche Megadrucker unbedingt erforderlich. Friedliche Atomkraft Um all unsere im Video vorgestellten Produktionen ausreichend mit Energie zu versorgen, reicht es nicht aus, Gas, Kohle oder Wasserkraft von Wasserkraftwerken zu nutzen. Die effektivste Energiequelle war und bleibt das Kernkraftwerk. Sie haben bestimmt schon mehrfach Artikel gelesen oder Videos gesehen, wie Brennstoff für Reaktoren gewonnen und hergestellt wird. Wir hingegen erzählen Ihnen, wie das Reaktorgehäuse selbst gefertigt wird. Die Herstellung des Reaktordruckbehälters ist ein komplexer und hochtechnologischer Prozess, der Präzision und die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards erfordert. Der allererste und wichtigste Schritt ist die Entwicklung des Behälterdesigns. Ingenieure erarbeiten sorgfältig die Konstruktionszeichnungen und berücksichtigen dabei Anforderungen an Festigkeit und Wärmeableitung. An vorderster Stelle steht auch die Bedeutung des Strahlenschutzes, sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Kraftwerk selbst. Für den Reaktordruckbehälter werden spezielle Legierungen verwendet. Edelstahl- und Nickellegierungen sorgen für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die richtige Materialbearbeitung ist von großer Bedeutung. Komplexe Bauteile des Behälters werden mit hoher Präzision unter Einsatz moderner Technologien sowie der größten Ambosse und pneumatischen Hämmer der Welt gefertigt. Das Schneiden der erforderlichen Öffnungen und das Verschweißen der Bauteile zu einer Einheit mit einem leistungsstarken Laser nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Nach der Herstellung werden die Einzelteile zu einem einzigen Behälter zusammengesetzt. Nur Mitarbeiter mit hoher Qualifikation dürfen zu diesem Arbeitsschritt zugelassen werden. Das fertige Produkt durchläuft zahlreiche Prüfungen und Tests einer strengen Qualitätskontrolle. Jeder Behälter wird auf Festigkeit und Dichtheit getestet. Dies ist ein entscheidender Schritt, um die Sicherheit des Reaktorbetriebs zu gewährleisten. Die Herstellung des Reaktordruckbehälters ist das Ergebnis der Teamarbeit von Ingenieuren, Arbeitern und Wissenschaftlern, die auf eine sichere und effiziente Energieversorgung der Zukunft abzielt. Wir haben die beeindruckendsten Produktionsprozesse unserer Zeit betrachtet. Jeder von ihnen ist nicht nur ein technologischer Durchbruch, sondern ein Schritt in eine effizientere, umweltfreundlichere und intelligentere Zukunft. Gemeinsam mit ihnen haben wir die Außergewöhnlichsten kennengelernt. Und wie viele solcher Beispiele bereichern noch unsere erstaunliche Welt. Diese Produktionsstätten verändern die Welt nicht nur zum Besseren, sondern zeigen auch, wie Technologie die schwierigsten Aufgaben lösen kann. Bis zum nächsten Video.